So, sind wir oben. Juhu, wir sind oben. Dann gehen wir noch mal raus zu dem König und fragen ihn noch mal genau, wo wir hin sollten, müssen, können. Äh, 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 äh. Was war das für ein gelöstes Gluck, 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 Gluck? Vielleicht hier? Nein. Hm. Ja. Kuno kann die Wand nicht durchbrechen. Nein, das kann ich nicht, Gott verdammt. Du bist doch... Naja. Neh mal raus zu den alten Knausel. Diesen, diesen König da, wie er sich nennt. Das ist ja... Geh mal raus hier und guck mal, was der auch mal zu sagen hat. Machst du, das ist ja... Hey, geh dich. Schau mal mit dem Genusse hier. Nein. Ihr solltet euch nach Nanei scheuchen. Heute Nacht, wenn der Feind schläft. Die Bebenkontrolle kann überall Erdbeben verursachen. Nein, wenn sie in die Hände des Bösen gelang. Dann... Was dann? Frisch! Halt nicht. Gut, dann sind wir hier komplett falsch. Ähm, ja. So was zu sagen? Unere Heimat! Nein, nein. Wurde von den Schattendrochen besetzt. Wäste! Na, hast du... Hast du das gepriert? Hast du das gesperrt? Hast du das gesperrt? Die Erde hat nämlich gebebt, wäste. Wir hatten ja noch nie ein Erdbeben. Ja, dann... Dann... Dann denke ich mal... Keine Ahnung. Müssen wir halt... Gehen wir mal hier lang. Wen haben wir denn hier? Klumpfbums! Viele kleine Klumpfbums. Entdeck mit dir. Autsch! Autsch! Zeit, dass ich hier... WURF! Wird Zeit, dass ich hier... Hier mein... Zauberer lang... Wo ich die... Von der Erde brennen kann. Oder blitzen. Oder schreien. Dovakin! Könnt ihr sowas drauf schreien? Das Monster hat Kraut fliegen gelassen. Das ist aber schön. Mein Dovakin! Wo willst du gehen? Oh. Drei Entrande! Drei Entrande! Ups! KINROR! So. Du Schlümpf. So. Blau bist hier schon. Was denn? Kennst du Baba Schlüpf? Hä? Ach! 11 EP. Das ist schön. Ich denke jetzt mal drauf zu. Wir bleiben erstmal stehen. Und kämpfen gegen Klüpfkunft. So. Ich. Ja. Ja. Ich weiß, dass ihr uns lieb habt. Hört auf mich zu knuddeln! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Äh, bin fort mit dir! Der Meeresbund ist abgesunken. Kuno gibt auf, weiter in das Meer zu gehen. Doch, dann gehen wir halt mal rauf. So. Wieder drei. Conseccacero. Seid ihr die drei Bissalieros? Anga, abtusche. Ich bin nämlich die drei Musketiere. Und du bist nicht mein Sohn. Dafür ist deine Mutter viel zu hässlich. Stirb! So. Autsch. Autsch. Und weg. Und... Autsch. Und... Weg mit dir. So. Sehr schön. Elf EP und fünf Gipfel erhalten. Das ist nämlich schon der Gildenbranke. Ups. Na, wer seid denn ihr? Na, wer seid denn ihr? Ja, bist du der Feine. Ja, bist du der Feine. Guck mal her. Renn mal in mein Schwert. Dann geht's dir besser. Fein gemacht, ne? Autsch. So. Dafür hänge ich dir... Dann hänge ich mir deine Hörner an die Wand. So. Verkauf deinen Elfenbeinjäger. Bin ich reich. Was denn jetzt? Kuno erreicht Level 8. Cool. AB plus 6. AB plus 3. Stärke plus 3. Energie plus 1. Agilität plus 3. Glück plus 3. Und das war's. Und überhaupt hin? Ich leuchte einfach mal hier sind los durch die Kante, ne? Ich hab nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. So. Ich hau dir eine vor's Hörn. Du klötzig so doof. Du genauso. So. Jetzt aber her. Voll 1 auf die 12. So. Meistens eigentlich auf die 12. Hm. Hm. Was ist das hier? Ist das zufällig das, wo ich hin muss? Hallo? Nimm uns zu Hause? Oh. Da liegt jemand. Und hat ne dicke, große Blase vorm Kopf. Tss. Rrrr. 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 PENNER. Mir geht man hier speichern. Auf vorher lütschen wir noch ein Päuterbombom. So. PRAUT. Ne? Hab ich jetzt eins genommen? Ja, ne? Möchtest du mir deine Geschichte erzählen? Ja oder nein? Yin oder Yang? Arm oder reich? Groß oder klein? Schwarz oder weiß? Lila oder gelb? Ach, heil die Fresse. So. Deine Reise wurde aufgezeichnet und unterbreche mich dich wieder. Viel Glück. Alles klar. Nein! Da ist ja gar nicht hin. Hier ja. Ich will das in. Hallo, Genossen. Hallo, Egan. Warum ist denn hier keiner daheim? Öffne die Truhe. Was? Truhe? Du nimmst Esstrank. Ja, das ist schön. Keiner zu Hause. Halt, mein Trämmling. Wer seid denn ihr? Aha. Aha. Ich glaube, die dürfen uns nicht sehen, hören oder riechen. Höhme sich hin. Und drüben rein. Okay, und wo schläft einer? Höhme sich hin. Höhme sich hin. Höhme sich hin. Höhme sich hin vorbei. Pst. Hier überall penne die. Ist so doof. Moment, ich will das auch nicht umschauen. Was gibt es denn hier? Gibt es irgendwas Tolles? Das Schwert der unsäglichen Schmerzen oder irgendwie sowas? Oder vielleicht ein Frisurer? Ich wollte schon mal meine pinke Haare. Ähm, ja. Immer dieses Blau. Ja, ein Zustand. Immer nur Blau. So. Hier ist ein Bettchen. Und ja, so. Ich peck zu krank. Hm, gehen wir jetzt mal rauf oder gehen wir jetzt mal runter? Schon mal aufgehen. Lass mich hier rauf. Wir gucken, was hier oben ist. Hohme rausgeschmissen, noch mal alles in vorn. Oh, ein Thron-Saal. Mein Thron, meine Herrschaft, auf die Knie. Auf die Knie, песinkel. Hm, joa. Dann gehen wir hier lang rauf, geht rauf, geht rauf, geht rauf, geht rauf, geht rauf, hier rauf, Müssen wir, jawohl, Uppel, hier rein. Uppel-Otopol. Böhm, 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 böhm. Mann, ist das ja tief. Oh, zum Reden hier. Oh, Kisten. Äh. Na, die will ich natürlich alle. Die lassen wir doch nicht ungeöffnet hier rumstehen. Also, das war ja ein Frevel. Du nimmst Gegengift. Juhu. Oh. Geht mal. Hier. Du bist zu durchsichtig. Geht's ziemlich gut, Junge. So. Dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Hm. Hm. Dumm, dumm. Juhu. Geht weg. Ich mag euch nicht. Ih. Ihr seid hässlich. Und so rollig. Und so, äh. Ach, giftet ich doch selber. Vielleicht gibt's mal irgendwo hier in... Ich lass mir wenigstens noch ein Gegengift liegen. So. 13 EP und 31 Gipfel verhalten. Natürlich gab's nichts. Natürlich müssen wir uns erstmal entgiften. Wir brauchen ein Gegengift. Die Wirkung des Giftes lässt man. Halt. Es macht keinen Sinn, das zu benutzen. Danke. Lalalalalala. Lalalala. Ich will die Kisten. Es sind ja noch mehr Kisten. Werden wir irgendeine Kisten? Warne keine Kisten? Warne Kisten. Oh. Zwei. Nehmen wir die mal. Äh. Hatten die schon den Namen? Nehmen wir sie, Asinus. Hallo, Asinus. Stirb, Asinus. Langsam. Na? Lass dir Zeit, mein Freund. Lass dir Zeit. Hier kommt mein Schwert des Verterbens. Die Klinge des Schmerzens. Ja. 20 EP und 20 Gipfel. Das Monster hat Kraut liegen gelassen. Ja, Kraut. Kraut ist das Beste. Es kraut, Freunde. Oh, ne Kiste. Du nimm 650. Oh, geil. Hat sich doch Blut. So. Geben wir hier entklingst. Und wir kämpfen meine Runde. Mit den zwei. Und jetzt wirst du in mein Schwert rennen und aus Versehen daran versterben. Aua. Blödvieh. Oh, ne Kugelgesicht. Du Stachelpeter, geh dich mal rasieren. So. Oh, ne Kugelgesicht. Oh, ne Kugelgesicht. Und dann werden wir nicht Fußmoddeln. Ja, wir werden Fußmoddeln. Unsere schönen Füße werden moddeln. Sie werden so langsam vor sich hin moddeln, bis uns jeder überholt hat. Oh, ne Kugelgesicht. Oh, ne Kugelgesicht. Oh, ne Kugelgesicht. Ein dummes Gelörter. Klums, Bums, Klums, Bums, du bist mein bester Freund. Klums, Bums, Klums, Bums, nie hab ich dich versäumt. Das Monster hat Kraut fliegen gelassen, das ist schön. Es gibt gar keine Klums, Bums. Schade. Da muss ich jemand anders entlaufen, die Klums, Bums. Geh da noch tiefer runter hier, noch tiefer hinab in die Hölle. In die Hölle, da kommt nach oben Sünder. Die zwei da gibt es auch noch Kortons, ne? Hält dich so erstmal mit dir, ne? Geht dir bestimmt auch noch irgendwo was rum. Sag euch doch, ihr müsst alles abrufen, alles, 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 alles. Naja, komm, gib mir also nicht, ja. Komm, du Schädelfieh. Haben wir was? Das Monster hat Kraut liegen gelassen. Ja, Kraut ist toll. Aber wir wissen, was das ist. Du nimmst 70 Gippel. Ah, hier ist auch eine Ruhe. Die holen wir uns natürlich sofort. Ich bin auf den Kurs des Weges. Oh. Das in der Mitte. Das ist mein Freund Klumsbums. So, du gehst jetzt erstmal kurz weg. Danke. Ich will mein Freund Klumsbums ganz alleine sein. Guck, da knuddelt mich schon, erzeltar. Lass mich in Ruhe. Ich will mit Klumsbums spielen. Du. Klumsbums, komm her, mein Freund. Oh, du bist mein Kuder. Klumsbums. Oh, ist er so kaputt gegangen. Muss ich mir einen neuen suchen. Oh, 23 und 41. Cool. Ich habe Klumsbums kaputt geworden. Ich schäbe mich so. Du nimmst Armschutz. Ist er besser? Rüstung. Ach, haben wir schon dran. Okay, haben wir schon angelegt. Können wir den nicht nochmal benutzen? Gut zu wissen, gut zu wissen. So, du mehr rüber. Mhm. Oh, mein Freund Klumsbums ist wieder da. Geh weg. Ich will nicht wieder spielen. Du klaust immer meinen Bagger. Aua. Aua. Du klaust immer meinen Bagger. Die sterben. Sehr schön. Klumsbums. Ich will dich auch ein Knutschi geben. Komm her. Komm her, Klumsbumsü. Ich müsste mal wieder etwas Gräuter zu mir nehmen. Einen guten Jägermeister. Nehmen wir erstmal einen Jägermeister zu uns. Beides gut für den Morgen. Nicht? Kraut. Kraut, 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 Kraut. Gegengift, Kraut, 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 Kraut. Wo ist denn so viel Kraut? Ein guter Schnaps am Morgen für drei Bekummer und so Rücken. Und jetzt gehen wir mal runter. Hier liegt doch bestimmt noch viel mehr rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen sein soll. Zack. Weg. Sack. Ich habe heute Frühjahrsputz gemacht. Ja, wenn ihr wisst, was heute ist, wann ich das hier spiele. Haha. Bis dahin, bis das ausgestreut wird, ist schon etwas Zeit vergangen. Aber ich habe heute Frühjahrsputz gemacht. Ich bin so stolz auf mich. Du nimmst einen... Ja, ich sage Feuerstein. Oder einen frechen Stein. Ein kleines frechen Steinchen. Den haben wir denn hier. Ach, die ganz alle drei, die schleiden. Und... Zack, zack. Au. Au. Sag mal. Geht es dir doch ganz gut? Nicht einfach zu rammen. Sag mal. Autsch. Mensch. So etwas anderes, wie du draufplümsen kannst. Nicht über meinen Kopf. Ene Bühne. So. Welche mit dir? 27 EP und 36 Gipfel. Ich finde das Spiel so geil. Du nimmst Heilung. Ja, Heilung ist gut. Dann sind wir das Schmerzuland krank. Okay. Gehen wir hier lang. Und gehen jetzt mal hier ruf. Jetzt bin ich nicht. Wir laufen hier im Kreis. Oh. Drei von denen auf den Kopfballdingern. Was war das Super Mario hier? Wie hießen die, die sind oben gefallen? Diese komischen... Dinger? Oh. Denk euch, ich möchte wieder ein Kräuter trinken. Das ist doch die Uhrzeit. So. Und jetzt er. Hehe. Ähm. Ja. Jagdschatz. So. 31. Oh. Das ist geil. Das Monster hat Kraut liegen. Oh. Das ist sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Freunde. Sehr gut. Oh nein. Hier. Gibt es noch was? Gibt es hier noch was zu finden? Oh. So. Bevor wir uns aber hier sind. Verdammt mal. Es geht weiter. Alles aus. Halt. Lass mal einen Kampf machen. Und dann lutschen wir noch schnell einen Böhm. Oder wir hauen uns einen Jagdschatz hinter die Böhm. Wir nehmen uns einen Jagdschatz. Und hinein. Oder auch nicht. Ich hab gedacht, jetzt kommt hier voll der Busseil. Gut. Wir gehen weit her. Oh. Jetzt doch. Da bist du. Hallo. Wer wagt es zu stören? Mit dieser Maschine werde ich die Welt erobern. Und die man kann mich aufhalten. Niemand. Ja. Ja. Na sag mal, Junge. Geht's dir noch ganz gut? Oh. Ein Ritter. Da guck. Ach du Scheiße. Ich lasse dich ja kaum an. Oh. Okay. Ich hab genug Gründer. Ach du Scheiße. Au. Okay, jetzt ist noch ein Angriff. Da muss ich erst mal was nehmen. Ach du Kacke. Höhöhöh. Okay. Ich hab ja keinen Zauber. Fuh Scheiße. Ups. Schnups. Au. Wir machen jetzt mal wieder ein Kräuterli zu uns. Jetzt sind die Geschäfen davon. So. Oh, jetzt reicht das. Au. Mann. Junge. Und zack. Scheiße. Ich glaube. Hm. Das sind glaube ich für die bereits zu schwach, oder? Nein, das ist weg, was ich hatte. Was machst du bei dem so wie die Schaden? Was für ein Klapperkopf? Eh, Junge! Das wird wohl nix, Freunde! So, jetzt macht er wieder einen Erzitter gleich. Nein, nicht mal! Konder! Cool! Fein gemacht! Und wir brauchen wieder ein Pimptnümmchen! Schnurbel die Schnurbel, dann Cricula! Ah, und wieder 20 Stunden weg! Ey, Sau! Das ist ein Arschloch! Ein hässliches! Ob mit einem Pauschlauten? So doof! Ja, der Kampf ist spannend! Wie Klopapier! Weißt du auch Klopapier, Let's Play! Mann! Noch Konder! Nächstes macht er noch einen Konder! So, und zack! Arschloch! Okay, einen wirken wir noch! Dann macht er bestimmt wieder ein Zitter, denke ich mal! Nein, nicht mal! Aber wir müssen jetzt trotzdem wieder ein Pimptnümmchen zu uns nehmen! Danke, ihr Liebenswetzer! Du bist doof! Hat dir das deine Mutti nie gesagt, dass du einfach bist dupp bist! Dupp und hässlich! Genau wie deine ganze Brut! Ne? Du! Jude! So, jetzt müssen wir uns wieder ein Pimptnümmchen nehmen! Oh ja! Letztes Erzitter macht, finde ich müde! Jetzt blicken wir noch so viel in die Kräuter! Und ich reiche jetzt 40 Stück! Hm! So, jetzt haben wir uns wieder eine vor den Lachs! So! Könnte es mal wieder kurz werden, Junge! Und ich hoffe mal hinten ständig, dass der sich selbst nicht heilt! Achso! Die Endgegner haben hier ja diese blöde Angewohnheit, wenn man den ihr Liebensbeigen weg hat, dass sie nicht gleich tot sind, sondern dass sie noch mal Restenergie haben! Boing! Also ich glaube, als nächstes muss ich mal ein bisschen läppeln, wenn das Ganze hier mal ein bisschen schneller geht! Ewig! Genie! Ich hab's geahnt! Zack! Ich hab's doch geahnt! Autsch! Genau! Einordentlich Wunder drin! Ich glaube, das macht er jetzt immer! Fünf, 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 drei, weghören oder was? Ach, das fände ich aber! Ich hab's geahnt! Fick dich! Du hast ledde! Aber so greift du wenigstens nicht an! Mach doch wohl! Der ist so hässlich! Junge, du bist so doof! Wusste ich's! Jetzt kann ich nicht angreifen! Scheiße! Hm! Jetzt müssen wir uns auch mal heilen! Zack! Ja, jetzt lächst mich du an Wursch! Au! So hat denn der Magie und ich nicht! Ich spiel auch Magie! Ich spiel Magie! Immer eine gute Suppe! So! Jetzt... Scheiße! Süßig genug! Du kack! So! Jetzt hat er jetzt wieder 10 weg! Zack! Wieso macht er eigentlich hier keinen Sondereil? Keinen super Angriff! So, jetzt müssen wir wieder erstmal ein Pömpöngchen lutschen! Hat er fein gemacht! Das wird er sich gleich bestimmt wieder weit heilen! Geh ich mal stark von aus! Ritterrunkel hat an dem Arsch ein Vorunkel! Bist du Ritterrunkel mit dem Vorunkel? An dem Popo? Nein! Nein! Ich muss erst mal heilen! Das ist richtig gut! So, jetzt wird er so gut gemacht! Ich bin eh so! Nein! Du schmolst! Hast du wohl keine Magie mehr? Hm? So, jetzt geht's weiter! ARK! Du Schwein! Dafür schlage ich dich zu Boden! Ich will die Weltwirtschaft für mich allein! Au! War das doch doof, dass die dann immer noch so viele Reste an Bier haben? Wieso denn eigentlich? Kannst du dich das einfallen lassen? Welches krank Gehirn? Au! So, jetzt wird er 15 Schoten! Hat er noch alle Latten am Zaun? Los, geh ich sterben! Wieso stirbt der nicht? Der ist doof! Mutti! Da ist blöd! Aber wenn ich jetzt draufgehe, dann beiß ich ihn ins Mikrofon! Wirklich! Was macht der ja voll dick? Das ist auch 16 Schoten an der Art! Wieso geht denn der nicht drauf? Jetzt! 700! 700 EP und 500! Oh, geil! Kuno erreicht Level 9! HB plus 8! AP plus 3! Klei! HB ist immer bloß in Klei! Weißt du Klei! Stärke plus 3! Energie plus 3! Agilität plus 5! Weisheit plus 3! Glück plus 3! Glück plus 3!